Wir haben letztes Jahr im Oktober eine EP gemacht, die heißt Superkite ist kein Zufall. Und dann gab es eine Single im letzten Oktober, auch Sonneseen, die erste Single. Und jetzt kommt folglich die zweite Single und das ist ohne sie. Der Song ist auch auf der EP drauf. Aber wie gesagt, es gibt jetzt noch eine Single dazu mit ein paar anderen Versionen und das muss natürlich heute Abend gebührend gefeiert werden. Superkite ist kein Zufall. Du denkst also, du wärst ziemlich super, oder was? Genau, nämlich nicht. Also die Phrase bezieht sich weder auf meine Person noch irgendwie auf mein Schaffen. Aber dieser Slogan ist auch hier in diesem Laden entstanden, denn der Mick, der hier den Laden führt, hat das sozusagen erfunden. Also das ist eine Phrase, die von ihm kommt. Superkite ist kein Zufall. Und ich fand die so groß, dass ich unbedingt meine EP so nennen wollte, ohne dass das jetzt einen großen Bezug zu mir hat. Aber Superkite ist einfach so ein tolles Wort. Aber wie ist das entstanden? Also hatte das was mit deiner Musik zu tun oder kam das irgendwie aus dem Suff heraus? Bestimmt auch Suff. Da kommt ja immer so einiges raus. Hier gab es so eine Metalltafel, wo man so das Menü dran pinnen kann mit so magnetischen Buchstaben. Und die hatten aber nicht mehr alle Buchstaben, weil das war beim Flohmarkt gekauft worden. Und dann haben sie versucht, was man aus diesen Buchstaben überhaupt bauen kann. Und da kam dann, ist kein Zufall, konnte man irgendwie machen. Und aus den letzten Buchstaben wurde dann Superkite gebaut, weil gar nicht mehr übrig waren. Und das habe ich gelesen und dachte so, so heißt meine Platte. Aha. Und auf diesem Album, ja, Superkite ist kein Zufall, war da auch dieser Track drauf, der auf MTV lief? Ja, genau. Das war die erste Single Sonnesehn. Wir haben ein Video gedreht dazu in Barcelona letztes Jahr. Und wir haben natürlich, wie das so ist, alle bemustert irgendwie und haben das versucht, hier natürlich bei den Musiksendern zum Laufen zu kriegen. In Deutschland ist es nicht gelaufen. Wie funktioniert das denn? Wie kriegt man denn ein Musikvideo dazu, dass es bei MTV läuft? Da gibt es so Konferenzen jede Woche, wo die Redakteure, die da sitzen, entscheiden, ob jetzt Herr Paulus gespielt werden soll oder nicht. Und man begibt sich da natürlich dann in Konkurrenz mit den ganzen großen Künstlern dieser Welt, die gerade vielleicht auch ein neues Video haben. Und so ist das natürlich auch für Newcomer nicht so einfach, da reinzukommen. Wir haben es auch in Deutschland nicht geschafft, gespielt zu werden. Aber wir haben dann, wie mir berichtet wurde, in Amerika einen Einsatz bekommen, in so einem deutschen Format und in Großbritannien, soweit ich weiß. Aber das ist eher so eine Anekdote, über die man dann sich natürlich freut. Aber irgendwie ist es skurril, dann da irgendwie gespielt zu werden, aber hier nicht. Aber warum glaubst du, ist das so? Also warum mögen, du singst nur auf Deutsch, oder? Ja. Was glaubst du, warum mögen die Engländer oder die Amerikaner deine Musik? Also warum glauben die, die besser zu verkaufen zu können als hier? Ach, ich glaube, da ging es gar nicht darum, die zu verkaufen, sondern ich nehme einfach mal an, unwissenderweise, dass es da irgendwie so ein Format gibt, hier deutsche Musik oder was weiß ich, Musik aus Europa und anderen Ländern. Und dass die dann einfach, weil wir sie eben auch bemustert haben, gesagt haben, okay, dann spielen wir halt auch Paulus. Und unter anderem waren da aber so Bands wie Juli oder so, wurden dann in dieser Stunde oder wo es dann um deutsche Musik ging, halt auch gespielt. Und wir waren da runter. Bis zum nächsten Mal.